Willkommen, willkommen, zurück, zurück, bei Frau Lück und bei Albert Assassins und dem Licht über Hamburg, den Docks. Und da geht's los, ein paar Monate später in Hamburg, Deutschland. Na, wo sonst? Hamburger, in Beutschen oder? Top-secret documents were also said to be at the dock, showing the routes of various German submarines in the North Atlantic. It would be a nightmare for the Nazis if the papers fell into enemy hands. I was infiltrated into the German Reich for exactly this purpose. No agent had ever returned from there alive. Only once I had the papers in hand would I be able to move on to the second part of the operation. The destruction of the submarine, for which air support had been promised. But first I had to find a way onto the docks. Karte. Karte. Ich bin doof. Hier. Okay, wir sind dort und müssen da hin. Na, prima. Dann wollen wir mal. So, jetzt gibt's bestimmt wieder tausend Wege. Wir gucken jetzt erstmal, ob wir irgendwas finden, was uns vielleicht ein Sammlerstück oder so beschert. Was hat sie denn? Oh, guckt euch den hin dann an von Frau Lück. Sieht da nicht toll aus? Überhaupt die Grafik sieht sie nicht toll aus? Wir können dann gar nichts machen. Okay. Tür öffnen, das war ja noch einfach. Aha, ich höre Stimmen. Ich höre Stimmen. Stimmen. Sie stimmen. Da ist einer. Oh, 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 oh. Einer. Okay, einer. Den wir. Nein. So, er dreht sich ja schon. Wir müssen ja nicht jeden killen, oder? Weiß gar nicht. Zu den docks. Ah, das ist zu laut. Wir können nicht einfach so rumlaufen. Das ist ein Schleichspiel. Die Musik ist echt der Hammer. Halt. Nein, der sieht uns nicht. Wir sind ja Violett. Velvet ist übrigens Samt. Wer hat das nicht weiß? Wir könnten das Rad hier ausschalten. Wir könnten es aber auch anlassen. Eins von den neuen Booten. Ja, der Kapitänleutnant ist eben ein Ass. Hör mal. Das sind zwei ja. Typ 7C hat er. Da hat er allein fünf Frachter und einen Tanker versenkt. Auf einer einzigen Feindfahrt. Das waren über 40.000 Brutto-Registert. Und der Mangelkontakt. Auch ein unbedingt Ersatz. Wie viele sind das? Das ist schon besser. Das ist nicht gut. Au, halt. Der andere Typ ist ja gar nicht da. Okay. Pass auf, wir machen es so. Mist. Wie viele seid ihr? Wie viele? Uah. Uah. Was ist denn der Typ hin? Da ist er. Der nächste bitte. Das müsste aber jetzt reichen. Wieso bin ich jetzt nicht mehr violett? Komm mal mit. Mein Freundsoldat. Hüpp. Oder wir lassen die einfach liegen. Die haben eh nichts für mich. Zwei Schuss habe ich noch. Okay. Zwei Schuss. Und der was hat. Und der was hat? Einfach mal hinter die Sandsäcke. So. Jetzt schleichen wir uns mal hinter das Auto. Also mit der Waffe sind wir doch schon nicht unbedingt ohnmächtig. Vorsichtig sein, Frau Lück. Hier kann man doch gar nicht schleichen. Ist hier jemand. Ich bin voll im Licht hier, ey. Echt? Na ja, mit meiner Rambo-Manier geht das aber auch. Oh. Ah so. Gesundheit ist voll. Okay. Aber. Munition. Munition wäre geil. So. Wo geht's weiter? Wo geht's denn weiter, ey? So kann man schnell laufen. Okay. Oh. Eigentlich zeigt er mir ja immer was an, wenn ich irgendwas machen kann. So. Wenn die Typen platt sind, dann sind sie platt. Geht's auch nicht weiter. Hä? Wie dick geht. Brauch ich ja nicht. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Da ist eine Tür. Ja. Nee. Das ist ein Fenster. Mist. Okay. Wir gucken mal auf die Karte. Ich bin jetzt da. Müsst du da gegenüber in die Tür, richtig? Ich muss noch mal gucken. Ach ja, zu den Tour-Reihen oder was? Ist da irgendwo ein Schalter? Für das Tor? Nee, das ist bloß das Gesundheits-Pack. Laufen mal schneller. Das ist hier eine Tür. Hey, hallo. Wo muss ich lang? Vielleicht hier durchs Fenster? Nee, das wäre ja Blödsinn. Hey, hey, hey. Give me the way. Show me the way. Aha. Vielleicht so? Kommt man denn hier hoch? Gar nicht, ja? Über das Dach müsste ich doch eigentlich, oder? Hier komme ich nicht hoch. Hier komme ich nicht hoch. Hier komme ich nicht hoch. Übers Fenster vielleicht? Das Fenster. Nee, auch nicht. Shit. Jetzt weiß ich einen Weg nicht. Das macht ja eigentlich nur da lang Sinn. Denk nach. Kann ich nicht das Auto? Nein. Denk nach, denk nach. Also für mich macht das keinen Sinn. Wenn man nicht... Ach, klettern. Hier. Okay. Da, wo der Stacheldraht nicht war. Gut. So. Okay. Wow. Aha. Was haben wir denn da? Ein Schmuckstück. Ja. Beute. Beute. Ich habe noch zwei Schuss. Ah, der Spielstands ist gespeichert. Okay. Jetzt gucken wir mal. Da muss ich bestimmt die Kiste schieben. Los, Verlück. Komm, wir haben vor uns Liebesperren gegessen. Das muss jetzt klappen. Auf geht's. Ja, 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 ja. Du bist die Beste. Ach, wenn ich dich nicht hätte. So. Schön. Vorsichtig. Nee, halt. Oh. Aber wenn ich dich langsam mal... Ah, guck mal. Da ist eine Tür. Ach, nee. Find the key. Find the key. Also, Morphin ist auch voll. Schnaps wäre jetzt gut. Oh, wir drehen. Hier ist nichts. Aber wir sollten erst mal den Typen da draußen ausschalten, würde ich sagen. Wo ist er denn jetzt hin? Der Keymaster ist das doch bestimmt, oder? Alle wollen hier im Dunkeln bleiben. Hä? Hä? Zieh voll mit rein! Ruhe. So. Was hättet ihr so gedacht? Okay. Okay. Wo ist der Key? Wo ist denn der Schlüssel hier? Ich hab noch einen Schuss. Hier bin ich gekommen. Ja, da liegt nämlich so ein schöner Scheiß überall. Okay. Der Typ hat den Key auf jeden Fall erst mal nicht. Die ist auch verrie... Achso, okay. Die ist von der anderen Seite verriegelt. Dann geh ich mal... Was war das? Achso, das war die Tür. Nee, die kann ich nicht öffnen. Okay. Soll ich runterspringen? Hm. Achso. Nee, das bringt ja nichts. Ich kann ja direkt hier durch. So, den Sammlerstück hab ich mir genommen. Heppala. Oh. Warte mal, den könnte ich mir aber so nehmen. Den kriegen wir doch so. Den kriegen wir doch so blöd. Dann ziehen die Idioten da oben endlich den Kistenstammel hoch. Oh, scheiße. Gleiches Schichtwechsel und ich komm hier nicht raus. Die sind zu zweit. Bleib unten. Zu zweit. Okay, ihr seid zu zweit. Ich hab nur noch einen Schuss. Der eine ist weg. Na komm. Beweg dich. Jetzt kommt der andere schon wieder. Mist. Verpiss dich, du Gunde. Verpiss dich. So, wenn der weg ist, pfeifen wir den ran. Ist er gemeint? Boah. Ah, Mist. Okay. Das war ja klar. Ich bin aber auch so dusselig. Bis dennne dann. Ciao, tschüss. Herr Lück hatte kein Glück. Äh, Frau. Liebesperlen helfen nicht. Das half noch nie. Bis dann.